So, Yami und ich getrocknet an meiner Runde Ball3C. Er liegt auch gerade auf, lass mal deinen Text ab. Herzlich Willkommen! Danke auch, herzlich Willkommen und ja, mal gucken was heute so abgeht nach dem Update. Mal sehen, was wir so geschafft haben. Die erste Runde, Tokio, haben wir schon durch. Die haben wir gewonnen, Gott sei Dank. Ach, der zweite Anlauf, ja. So, dann gehts jetzt weiter in Folge Tokio, letzter Aufruf. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, bereit zum Start. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja. Und ab gehts, klicken und. Ja, und ich hoffe, dass ich mal eine neue Waffe kriege. Ja, schauen wir mal. Ich habe ja, als ich mir den AMD CPU gekauft habe, habe ich einen Code bekommen für das Spiel. Ja, ich auch. Ja, dadurch hat man diese schöne neue Sportkarabiner. Ja, ja, ich habe bei Division einen dazu gekriegt, also mache ich morgen mit Games Break. Division 2 habe ich auch. Ja, können wir auch zusammen. Ich glaube, das können wir uns auch noch einladen und morgen Vormittag wollen wir anfangen. Ja, morgen ist ein, Kontakt ist eher so ein ruhiger Tag für mich. Ja, ja, wir machen auch noch ein ruhiger Tag, aber nachher das ist gut. Warte auf andere Spieler. Warte auf andere Spieler. Gerade Spiele-Logik. Ah, eine Wütschung. Ah, jetzt. Ja, 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 gut zurück. Ja, ja, gut, gut, gut. Ja, ich glaube, das ist auch das letzte Mal klicken. We have to cut through here. We can still get on that ship. Take down anything that moves. We can't have them following us. Do not make noise. We are going to move on. We have to cut through here. We are going to cut through here. We are going to cut through here. I can't get it out! The boy is dead! Can't let that happen again. Let's go for the gap! Okay. We are going to put ourselves back. We will be able to pull. We will move on the bridge once again. There is one behind you. Yes, I think everything is going to be done. Let's go. I heard from the machine automatic the beam. Yes, it is behind you. Du musst noch ein bisschen geheim werden, mein Freund. Ich bin noch fast voll. Das zeigt ja immer an, wenn man leicht geschweckt ist schon. Geh weg, geh weg. Ah, da hinten stehen die Maschinengewehr. Okay, warte, ich tuss die weg. Ich bin noch nicht in der Maschinengewehr. Hast du hackst die? Ja. Oh, gut sauber. Kommt. Ich hab die mal weggeschossen. Ich spurt in der Stalker, up ahead. Ich bin zurück. Ich sehe einen großen. Du schockst mich! Fuck! Du schockst mich! Ich dachte, du würdest nie nachher gehen. Sauber. Ich bin einfach noch. So, ab dem Tor. Ab dem Tor. Vier hasse ich. Aber guck dir, wenn du Eis hast. Oh, lol. Spricht der Pen auf mich? Was? Was? Du Feuer! Sie sind viel stärker, als sie sehen. So, ich bin ins Tor. Die Sprengstoffe habe ich leider nicht. Wir kommen gleich ab hier. Okay. Weg mit dir. Ich hab dich so gemacht. Nehm mich doch mal gerne mit. Ah, wie kann man hier bitte nachladen? Ja, ja. Immer her damit. Scheiße, sonst war hier nochmal eine Kanone. Aber wir wollen noch was anderes finden. Nein. Alles leer. Wir können mal hier oben gucken. Ja, gewisse Kisten sind immer random. Cover me! I'm reloading! Oh, no. They're at peace now. Take me out! Ich finde jetzt eine Musik. Wir müssen uns helfen. Ah! The big one is down! Got it. Don't shoot me! Somebody stop me! Heads up. I see a hider. Lurker down! Careful. We got a jumper. Got it. Hey! Watch your hand! Heads up. Heads up. Heads up. Heads up. Don't hear. We can get through. Okay. We can get through. We can get through. The truck is our way up! We can get through. We can get through. I know. I'm looking at the next door. I know who I will. Uh. I know who they are. This would have been the whole country, if we hadn't left. Ah. Ok. That's nice. Was ist das? Was ist das? Oh Hey! Open the gates! We can't do this! It's a swarm coming! We'll let you through when the bridge is clear! The gates orders! I understood! Are you kidding me? They can't risk it! Oh, we get so much energy! Oh! Wow! Ah, cool! Stump Carabiner! I have the new! Excellent! Can we defend what we are here? We are not far away! No, there is nothing to do! I'm going up on the deck! What is that? Where am I going? Yeah! Ah! Here is another yellow box! I'm going to protect my automatic engine! That's very nice! I'm on the way back! I'm going to protect you! I'm going to protect you! Automatic engine you don't have to load automatically after a time! I'm going to kill you! It's a bomb! It sounds like a hide! We are coming in! We are coming in! He is a bomb! 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 Come on, keep it! We are coming back! um 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 Danke. Boah. Komm hoch. Komm mal decken. Wahnsinn. Weiter. Komm weg. Baum ist eliminiert. Perfell. Ja. So einmal schnell nach. Yes sir. We are clean. Reloading. 12 count is good. You can go. So. Kommt da ja. Team 4 have cleared the K12. Team 4 is his command. I need you to move to the fuel depot. I will update you with orders. When you are in route. Okay. Treibstoff tank. Treibstoff. Ah. Quiet here. Nice. Let's head out. No one is allowed to go through here. We've been sent to the fuel depot. Call command. Keep moving. This thing is chaos man. We'll be lucky to get out. Considering the task. I think it's pretty organized. If we don't get on that ship because of this fuel depot side trip. You are blowing the depot. Do we need to go through here. At the fuel depot. We're entering the fuel depot. We're running out. No one is allowed to go through here. We're running out of time. No one is allowed to go through here. You are blowing the depot. Start looking for those Explosives! Wo oben liegen irgendwo, die müssen Damser einplatzieren. 6 Stück müssen wir. Wir sind auf der Karte markiert. Bei mir sind hier... Oben bei mir sind 2 Stück. Da ist ein Zeug! Da ist ein Zeug! Da ist ein Zeug! Da ist ein Zeug! All units, Intel reports Multiple Swarms. Approach in the port. Oh! Kannst du mich ein bisschen mit unterstützen? Hier? Hinter dir! Hinter dir! Hier! Genau! Guck mal, da kommen die anderen wieder! Ja! Und? Tschüssi! Wir sind abgeholt! Hast du recht? Ja, wo? Dort noch? Ja! Äh... Ja, die erste Nummer! So... Besteu! Besteu! Ja! Da hinten! Wo geht es? Ja, da... Wir sind gerade in Tokio 2! Das ist Tokio 2! Das heißt, äh... Das heißt, äh... Wir haben jetzt... Das zweite Map! Turm verteidigt! Und sind gerade dabei, die, äh... Busse, äh... Die Handel zu sprengen! Hast du? Ja, hier ist noch einer! Ja, da sind wahrscheinlich die Geisme, krampft! Ich hatte nur keinen Geisme, oder? Ja, da sind wahrscheinlich die Geisme, krampft! Genau! Ich war doch schon mal! big boy, come in! Ja, mal, können wir! Ja! Hast du mal! Ich mach! Ich mach! Take out the headnets! I've got these things! Charges in position! Hast du deine Autos gelegt? Nein, ich bin hier nicht. Ich habe nur noch eine Pistole. Alles klar. Ich muss nach... Ich war nebenbei aufzugucken, wohin ich muss. Reifen und Flächs sind eher getragbar. Warte. Ah, hier ist noch eine. Helfen uns. Geh weg, geh weg, geh weg. Hier von 6. Hab ihn. So, wo kann ich jetzt die nächsten denn... Ah, auf der Karte. Genau. Ich habe eine gelegt. Alles klar, gut. Ich hole die nächsten. Und dann haben wir 6 von 6. Oh, ich muss dahin, ich muss dahin. Oh, ich muss dahin. Ach, da hinten muss ich jetzt. Alles klar. So. Ich gehe jetzt 6 von 6. So, 6 von 6. Jetzt geht's. Ich gehe weg. Okay. Oh. ich gehe weg. Ich gehe weg. Wir müssen, wie Pepper mehr in der Nacht. Was da. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Wir müssen, wie es.... Das ist. Ich hab alles schon gelegt, wir können hier vorne rein. Ja, dann raus den Abkehr. Jetzt gehen wir nämlich hoch. Noch einmal. Noch einmal unten nachholen. Da raus. Geil. Und weg hier. Rechts. Hier rechts. Are all the other ports clear? Halt. Los weg für die Kram hier. Heiler, heiler. I've got arms on the hazmat. Loading fresh ammo. Alle. You are in my world now. Alle. Fisch in a bell. Ja, ich mach ihn erst wieder auf. Zeig nicht mehr. Die brauchen mich immer voll auf. Yeah. Ich hab ihn noch zurück. Okay. Ich hab ihn jetzt keinen. Ich hab ihn noch auf. Okay. Was ist das? Was ist das? Zu nahe! Ich glaube, wir sind hier so behindert versteckt. Da muss ich die Teppe runter, oder? Ja. Hier rein. Nicht hier rein, geh durch. Tür rauf und dann richten wir Schiff oder so. Halt Feuer! Ja. Und hier müssen wir ihn wieder verteidigen. Wir müssen ein Rapport auf der Swarm kommen. Eine große Waffe! Ja, ich bin gerade dabei. Ja, ich bin gerade dabei. Where is everyone else? Where is? Help us get this place up there! Anderthalb Minuten haben wir. Automatik habe ich gerade hingelegt. Ah, da hätte sie okay. Ah, ich weiß nicht, war der... ...material ist so. Ach, der ist so. Ach, der ist so. Warte, gehen alle her. Acht? Ich sehe einen großen! Acht! Acht! Oh, ich bin gerade ab. Oh, da ist so. Okay. Oh, da ist so. Oh, da ist so. Oh, da ist so. We need to be more careful. Oh. Geht gleich ab. Wollt sie heil? Die Meden werden helfen. Hallo, Johan. So, wir können jeden Mann jetzt getroffen. Jetzt geht es uns gleich an den Kran. Wenn wir das geschafft haben, haben wir die Szene auch durch. Da ist doch ein Statisch. So, was sagst du? Maschinengewehr habe ich gekriegt eben. Ah, nice. Wo soll ich das jetzt hinstellen? Weil nicht das automatisch wird. Äh, nee, du siehst ja so eine Art Geistfeld. So ein weißes, durchsichtiges Feld. Da kannst du die hinlegen. Okay. Genau. Ah, geil, Alter. Ich kann nur die linke Seite abdenken. Also hier in Richtung Kran. Wir kommen in drei Richtungen. Du hast dein Land gemacht. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, also die Oberlinie kann eine Richtung machen. Okay, die kommt von vorne. Dann habe ich keine Chance, kommen in die Däden. Das wird sicherlich einige nicht überwächt. Aber ich kann uns nicht überwächtigen. Ja. 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 Ich habe auch ziemlich viel abgefreicht. Und? Okay, wir müssen zweieinhalb Minuten durchhalten. Das ist durch. All that practice paid off ja... 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 da haben wir ja vergessen noch einen? da haben wir noch mal was aber wo kommen die nächsten? also 6-1 oder 6-3-6 jo Das ist so geil aus, ich bin nicht so voll geblieben. Weiß ich gerade hatte. Ey. Alter, sauber. Eine Minute haben wir noch. Ja, eine Minute, verdammt. Ich hab keine Kanade mehr. Ich bin ein bisschen der Scheiße holen jetzt. Äh, Juni sind hier. Unten sind hier die Granaten drinne. Ich glaube noch keine Kanade. Wir kommen von den Tonnen. Oh, fuck. Kreis, Kreis, Kreis. Jock in der Liste. Let's go! Da wo kommt ihr? Bohnen wieder. Grenade geht. Anniere. Oh, was ist das? Anniere. 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 Yeah. Bring em on! All Anniere. 1 3 3 3 4 2 3 3 Ratsache. 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 Oh, der ist eine Ratsache. Hier sie kommen. Der Boot. Captain! Entschuldigung. All units! Der Schiff ist klar! Geht zu den Tenders und runter! Los geht's! Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg! Ich nehme mich jetzt unbedingt aufs Boot, sonst schaffen wir das nicht mehr! Hier, runter! Runter Richtung den Großen! Da steht Aufbau! Da wo das heiße Uhr ist oder was? Auf, ja, ja, ja! Ja, folgt mir, folgt mir! Stell dir, stell dir, stell dir! Stell dir, stell dir! Stuttaki, komm runter! Der macht den kleinen Platz hier! Nein, ähm! Folgt mir! Hier, runter! Genau, hier lang! Über die blaue Brücke! Hier, hier! Hier, hier! Aktion zurück! Geh rauf! Ist sicher! Schafft! Wir sind klar! Die Schieb hat erreicht Minimum Safety Distance! Lighten sie auf! Safe! One, go! Ich bin klar! Wir haben alles gemacht! Wir haben alles gemacht! Das ist nicht vorbei! Wir werden zurück! Wir werden zurück! Sieg! Na, welchen Level kriege ich jetzt? Wir sollten jetzt eigentlich beide Level 5 erreichen! 1! Alter! Wie hab ich den Blatt gemacht? 210, ey! Oh, ich bin bei 614! Naja, ich hab ein Einzelfeuer! Ein Spezialkiller! Äh, Entdecker 4! Kopfgeldjäger 12! Vernichtungsexperte 56! Vernichtungsexperte 56! Level 6! Yes! Yes! Bei eben 2 Level Abkommen! Alter! Oh, ich hab noch ein paar Kanonen dazu! Das hat gesessen! Das hat gesessen, ne? Ja, da müssen wir, äh... Wir müssen erst die Zombie-Experten machen! Naja! Die kleinen Trommler! Ach, das wäre gut harmlos! Meinst du? Ja! So, liebe Leute! Das war's jetzt hier an dieser Stelle, ne? Daniel? Ja! Ja! Ich mach jetzt auch 3 Jahre, die uns, äh... schlafen lassen! Ja? Ja, ich werd noch ein paar andere Sachen aufnehmen! Macht Spaß? Ich hoffe, wenn es euch Spaß gemacht hat, und das Navo da, ne? Yummy! Auf beiden Kanälen! Immer schön zu drücken! Alle sollen mit stehen! So, ich verabschiede mich an dieser Stelle! Ich sag Bye Bye! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten... Gaming-Check! Bye Bye! Bye Bye! Bye Ciao! Ciao! Bye Bye! Bye Bye...